Fortschritt, weil sonst wird das nämlich, äh, sonst wird das ganz, ganz ungemütlich, wenn ich jetzt gleich verrecken will, eine Larve oder sonst irgendwo, weil ihr mich da irgendein Scheiß-Skelett reinschießt. Dann werde ich mein Leben lang nicht mehr mit, äh, dann werde ich mein Leben lang nicht mehr glücklich. Gar nicht mehr. Was hat man denn so bisher? Ja, 64 Gold, zwar einmal 64 und 6 Eisen, 1,20 Larpeslazuli, ach ja, das sieht auch ganz gut aus. Ja, wie sagen, gehe ich erstmal wieder hier raus. Äh, ja, das wäre jetzt nicht sehr toll. Ah, 15,6, eigentlich müsste ich jetzt mal anfangen, die erste Folge zu rendern und hochzuladen. Ja, egal, ich gehe jetzt einfach noch schnell nach oben, dann werde ich kurz, äh, Aufnahmestopp machen, dann werde ich auf jeden Fall weitermachen. Aber ich muss halt, wie gesagt, auf jeden Fall hier heute noch eine Folge hochladen. Eigentlich sogar zwei Folgen, weil der Anteil hat mir wie immer zu spät die Let's Play Welt geschickt. Und dann hatte ich, äh, Montagabend irgendwie dann auch keinen Bock Bock mehr. Und jetzt, äh, muss ich auch mal ganz hart nachdenken, wenn ich wieder rauskomme. Egal, ich habe einfach den Weg mit Anteil genommen hat. Wenn ja, irgendwie wird der hier wohl auch reingekommen sein. Hopp, hopp, hopp. Oh nein. Boah. Das heißt, wäre jetzt nicht unglaublich dramatisch gewesen, aber ich hätte mich schon nicht unbedingt gefreut. Oh Gott, das ist echt so. Wenn ich jetzt so einen scheiß Bodenschutz runterschieße, das wäre ja irgendwie so ein Eingang, oder ne? Das wäre schon nicht mega, ey. Puh. Joah. Würde ich mir sagen, aber haben wir es, was ich sogar geschafft. Oh, draußen regnet. So, ich verbierne mein Name jetzt. Oh, das ist hier. Hm. Jetzt haben wir auch immer ein bisschen Wettstock. Nein. Nur damit anteln jetzt die Schnauze. Hey, werde ich jetzt darauf das dumme Haus benutzen. Hoffen ich, dass ich jetzt gleich draußen etwas wegpumpen konnte. Boah, ich habe gerade schon gedacht, dieses Zischen da, das kommt von einem Creeper draus, aber das ist nur von der Musik. So, jetzt teile ich mal. Dann kann ich nämlich noch den 6er Steak einschmelzen. Und mit dem 16er machen wir einen 64er Steak. Und dann ist es überall am schnellsten. Und wir verziehen uns ganz schnell wieder nach Renner, denn es ist nicht für Schuhe. Dann kriege ich noch Pust. Pust! So. Das soll jetzt nicht krank. Jetzt kann ich mich weiter auswählen. So, stimmt. Ich habe gesagt, ich will noch schnell rändern. Dann, ja, dann würde ich sagen, mache ich gleich mal wieder weiter. So, nachdem wir dann jetzt doch mal schnell alles durchgerendet haben und er jetzt gerade am Hochladen ist, würde ich sagen, ja, können wir doch mal weitermachen. So, mal ganz kurz gucken. Ja, er ist wirklich am Hochladen, ausgezeichnet. Und ich denke mal, ja, ich bin auch wirklich am Hochladen, ich bin auch wirklich am Hochladen, ich bin auch wirklich am Hochladen, ich bin auch wirklich am Aufnehmen, das ist alles sehr schön. Dann würde ich mal sagen, da wir jetzt so halbwegs mal alles wieder weggenästet haben, würde ich eigentlich, wir hätten mich eigentlich überflüssig, fast da früher bei dieser Musik erinnert mich so dermaßen an Mafia. Nein, das ist ja unglaublich, weil es ist in meiner Meinung auch ein bisschen laut. Ich glaube, das ist nicht mal einfach mal was anderes. Ich habe ja noch die selben Soundentscheidung wie immer, es kommt irgendwie deutlich lauter von uns eben, aber naja, ok. Boah. Ah, da muss ich nicht hinzu, dann können wir doch ein bisschen was... Uh, ja, das ist gut, aber wir nehmen uns jetzt mal so ein bisschen mit. Dann hat man hier den Stack voll. Ich habe jetzt meinen Stack hier. Jetzt schmelze ich ein bisschen Stacks ein. Ha, witzig. Obwohl ich auch keinen Bock mehr mehr habe. Ach, ja doch, doch, ich... Ich werde es uns immer nur vor mir her schieben, aber ich es am Ende doch nicht tun. Also... Hrrrrr. Werden wir jetzt erst mal ein bisschen die Miese hier. Warum nehme ich mich dafür nicht eigentlich eine Schaufel? Das ist wie so ein Blumen. Ich muss mich jetzt erst mal wieder reinführen. Nachdem ich es jetzt gerendert habe, muss ich mich jetzt erst mal hier ein bisschen orientieren. Ich werde jetzt einfach nicht ganz so viel sanieren müssen. Korporieren, was auch immer. Ich werde jetzt erst mal nur alle Blöcke, die nicht cleanstone sind, werde ich jetzt mal austauschen. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass das nicht funktionieren wird, weil das einfach, glaube ich, viel zu viel ist, aber... Egal. Kriege ich jetzt mal hier so ein bisschen Kohle. Das kann doch unnötig genauso laut sein wie eben. Das kommt mir gerade so viel lauter vor. Das kann nicht genauso laut sein wie eben, aber das ist es. Das ist wie... Ey, was habe ich denn hier gemacht? Na, was auch immer das ist. Jetzt sieht hässlich aus. Vielleicht war es ja Anton. Machen wir jetzt mal zu. Boah, nö. Nee, nee, nee. Nein. Perfekt. Okay, das würdest du nicht zu der Mine sanieren. Da würde ich sagen... ...müssen wir das irgendwie anders machen. So. Nee. Da muss dahin. Ja, eigentlich liegt hier sehr großen Wert drauf. Dann würde ich sagen, bauen wir uns auch so ein bisschen Cobblestone und ein paar Treppenstufen und setzen die einmal voll den Gang und so um ein bisschen nach unten. Da müssen wir nicht mehr die ganze Zeit nach oben schauen. Dann bauen wir uns ein bisschen Essen, ein paar neue Fackeln. Dann würde ich sagen, hauen wir noch ein bisschen rein, unten in der Mine und nur noch kratzen uns ja noch so ein paar Eisenresten. Zusammen, die wir da noch gesehen haben. Aber wie sie sagen, machen wir danach, was denn da ist. Das wird auch trotzdem, ich glaube ich, ein bisschen leer. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Anton hat das auch schon mal gebraucht, fast eine ganze Session Null in Amino mitzuhängen. Aber ich bin da ja nicht ganz schön. Ich weiß es ja nicht mehr. Ja, 64 und 8 Stufen sollten eigentlich reichen. Verdammt. Verdammt. So. Eins. Zwei. V Hier. Drei. Vier, fünf, sechs, sie macht man ein 10. Ef. 12, 14, 15, 16, 17. Und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist wohl jetzt nicht überall die Stufen gesetzt. Aber da ich irgendwie nochmal nach oben muss, ist das eh nicht so wild. Ja, das da unten war vielleicht ein bisschen blöd. Aber naja, okay. Na, ich möchte den oberen Block eigentlich wieder entfernen, weil sonst haut der da mit dem Kopf gegen, wenn der nach oben laufen will. So, da habe ich noch eine vergessen. Da wurde eine zweimal gesetzt. Na ja. So, haben wir noch Fackeln? Nein, wir haben noch ein paar Almer. Wir haben eine Schere. Wir haben eine Hake. Eine Redstone Porch. Das ist einfach nur ein bisschen von der Mitte. Nö, wir haben keine Fackeln mehr. Dann holen wir uns da schon alle. Sticks haben wir noch welche. Oh, jetzt kann ich noch das Frage. So. Zack. 19 und noch einen ganzen Haufen Scheiß. Meine Kohle. Eine wertvolle, wertvolle Kohle. So, ich teile mir noch mal sechs Schnitze mit runter. Was heißt schon? Steak. Schnitze. So. Bös. So. Zack. Ablegen, 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 ablegen. Ablegen. Ja, ich weiß. Der Haufen davon ist in der falschen Truhe. Aber das ist doch egal. So, dann hat Anton wieder was zum Aufregen in der nächsten Folge. Woher. Na gut. Na gut. Da ist erstmal René dran. Gut. Darf sich René halt aufregen. Darüber, dass ich hier mal als unordentlich mache. So. Zehn Kohle. Jetzt Reserve. Ach. Äh. Wir haben so viel gezeugt, aber das ist auch keine Reserve. Ein Schwert vielleicht. Eher doch. Ein Schwert war vielleicht ganz gut. Äh. Nur hier mein Schwert. Äh. Ja. Doch. Doch. Stimmt. Nur zur Sicherheit nehme ich lieber eins mit. Ja. Okay. Diese Decke muss ich auf jeden Fall noch höher machen. Die haut nämlich jetzt genauso mit dem Kopf dagegen wie sonst auch. Fange ich hier am besten schon mal. Wenn wir schon mal gerade da auf dem Weg nach unten sind. Noooon. Da haben wir gleich weniger Arbeit. Ja. Das ignorieren wir jetzt einfach mal so. Guck. Zack. Weg. 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 da auch noch einen ganzen Haufen Riesenhöhlen vergessen. Hui. Ich würde sagen, da haben wir noch einiges vor uns. Na, vielleicht... Hm, doch die ganze Folge in der Höhle. Ah, okay. Ah. Ich wusste doch, dass hier irgendwo in so Stocht in der Nähe sein muss. Dann ist die eine Schlucht, die wir entdeckt haben, ganz am Anfang, ist dann garantiert, äh, gehört hier mit dazu. Ganz bestimmt. Na? Verdammt. Ich habe so gehofft, dass ich den noch reingeholt habe. Na, hat ja wohl doch noch funktioniert. Ja, blöd gelaufen. Ich springe den Tod von der Schippe und gleichzeitig in die Arme. Und wir wollen nochmal sehen, was wir oben noch haben. Oh Mann! Boah. Hui. Zum Thema, er springt im Tod von der Schippe, nicht wahr? Ai, 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 ai. Das hätte uns aber eigentlich schon auseinandergehauen können. Und so, scheiße, wo bin ich denn jetzt wieder hergekommen? Ich meine, irgendwas noch nicht gekommen, meine ich. Und das Lava. Ach, wir rennen einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Raus finde ich ja irgendwie immer. So, genau. Ich glaube, hier war ja das, wo wir noch lang gehen mussten. Ja, da machen wir. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Schlucht. Komm, ist egal. Die andere Röde finden wir ja so oder so wieder. Die hat der andere Röde sehr, sehr, sehr schön ausgeleuchtet. Ah, die Schlucht war ja scheinbar noch relativ unerkundet. Deshalb gehen wir da jetzt mal zuerst hin. So, dann muss man, glaube ich... Zombie! Oh, nee, ich glaube, es ging ja auch in zwei Richtungen weiter. Ja, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Wie ging es denn in zwei Richtungen weiter oder nur in eine? Na, hier ging es in zwei Richtungen weiter. Ja, gut, dann würde ich sagen. Auf jeden Fall war es die Schlucht. Die Schlucht ist auf jeden Fall interessanter. Nee, die gehört wohl scheinbar doch nicht mit zu uns. Die ist noch extrem dunkel. Die sieht doch jetzt irgendwie gar nicht mehr so groß aus. Wann fangen die mir irgendwie viel größer vor? Scheint nur so eine mitteltiefe Schlucht zu sein. Naja, soll im Recht sein, dann stirbt man wenigstens nicht mal, wenn man runterfällt. Das ist doch irgendwie ganz schön. Ah, was hieß denn noch in dieses Geräusch?